Was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff Europa? Was war das Neue an der Neuzeit? Und was macht den Sinn des Lebens aus? Mehr zu diesen Fragen erfahren Sie in unserer neuen Serie Der moderne Mensch in Europa im Gespräch mit Professor Remy Brack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017